Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Aktionärsbank, offizieller Partner der DBM. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer zweiten Ausgabe von Leaderboard Stocks heute. Es sind dramatische Ereignisse, die gerade passiert sind. Wir mussten die Aufzeichnung vorhin unterbrechen. Denn während ich erzählt habe, dass wir heute Abend noch alle zusammen ein bisschen feiern wollen, wir hatten die Flasche Weine ja schon quasi kalt gestellt, weil das Trader Fox Depot ein neues Allzeittor erreichte, fing auf einmal an, der DAX zu fallen. Ich habe das während der Aufzeichnung im Blickwinkel gesehen, dass auf einmal der DAX stark unter Druck kommt. Wir sind jetzt von 9.300 Punkte runtergefallen auf 9.120 waren wir gerade eben. Wir schauen es uns gleich an. Also Top News des Tages heute, die aktuelle Entwicklung. So, also der DAX ist auf einmal, hat angefangen sehr stark zu fallen innerhalb von wenigen Sekunden. Wir haben geschaut, was für Nachrichten im Markt waren. Wir hatten einmal die Meldung, dass ein FED-Mitglied der amerikanischen Notenbank hat gemeint, dass die Arbeitsmarktziele erreicht sind. Und das würde natürlich bedeuten, dass die amerikanische Notenbank jetzt mit Zinserhöhungen beginnt. Aber vermutlich war eine ganz andere Meldung verantwortlich für diesen starken DAX-Abstürz, den wir gerade gesehen haben. Gehen wir hier zu meinem Trading Desk, dann kann ich es Ihnen zeigen. Zunächst einmal, wovon spreche ich eigentlich hier? Wir hatten hier den DAX. Sie sehen hier den starken Kursverfall, der kurz nach 16.40 Uhr eingesetzt hat. Von über 9.300 ging es runter auf 9.120. Bei DPA und bei anderen Nachrichtentickern kamen dann nach und nach die Meldungen rein. Offenbar hat die ukrainische Artillerie einen russischen Militärfahrzeugen beschossen, die über die Grenze gefahren sind. Das Ganze muss bereits nächste Nacht, letzte Nacht stattgefunden haben. Aber jetzt wurde es offenbar offiziell von der Ukraine berichtet. Und ich habe es absolut kein gutes Gefühl mehr. Wir haben unsere kleine Feier für heute Abend abgesagt. Ich denke, ich befürchte jetzt, die Lage steht unmittelbar vor der Eskalation, weil wie wird Putin reagieren? Vielleicht wird er sagen, die ukrainische Artillerie hat einen russischen Hilfskonvoi beschossen und dann könnte Russland zu Gegenschlägen ansetzen. Also eine ganz unterschaubare Lage. Eigentlich schade, dass das die heutige Sendung ein bisschen kaputt macht. Nichtsdestotrotz, ich nenne Ihnen die Trading-Inspiration des Tages, über die wir heute sprechen wollen. Kommen wir zum Trade des Tages. Der Trade des Tages wird präsentiert von der Aktionärsbank. Die Aktionärsbank hat gerade ein Angebot 2,95 Euro Flat je Trade. Unschlagbar günstig, finde ich. Gehen wir nun aber gleich zu meinem Trading-Desk, weil dort können wir mal die aktuelle Situation betrachten. DAX ist im freien Fall, gerade wegen der Eskalation, die offenbar gerade in Russland leider stattfindet. Was ich Ihnen heute eigentlich zeigen wollte, ist die Aktie von Skyworks Solutions, die auf ein neues Mehrjahreshoch ausgebrochen ist. Als einer der stärksten Halbleiterwerte, als ein Profiteur der Internet der Dinge hat Skyworks Solutions sofort auf neue Hochs vorgestoßen. Das ist ja der Profiteur vom Internet der Dinge. Das wollte ich heute mit Ihnen besprechen, müssen wir jetzt aber canceln, weil das Trading-Szenario ist jetzt vorerst nicht mehr intakt. Dann wollte ich Ihnen noch ein Research vorstellen für eine Aktie, die sich auch seit Wochen unglaublich stark zeigt. Und die auch dem Crash am deutschen Aktienmarkt eigentlich so gut wie überhaupt, die kaum in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und zwar wollte ich heute über Stratec Biomedical sprechen. Oder ich glaube inzwischen nur noch Stratec. Stratec ist ja ein Labortechnik-Spezialist oder ein Laborausrüster, der überraschend gute Quartalszahlen gemeldet hat. Mittelfristig rechnet Stratec mit einem Wachstum von 8 bis 12 Prozent. Und jetzt haben wir eine interessante Vorstandsaussage von CEO Wolfinger gelesen, nach der ein neues Produkt nach der Einführungsphase ein Umsatz von bis zu 25 Millionen Euro pro Jahr wird generieren können. Also ganz verdächtige Stratec. Und Sie merken ja, ich stock gerade ein bisschen in meinen Erzählungen, weil ich habe immer noch gleichzeitig den DAX im Auge, wie der sich jetzt entwickelt. Und der Druck, der bleibt aufrecht. Der Druck, der bleibt bestehen. Gucken wir vielleicht nochmal gleich den DAX an. Hier haben wir ihn. Minus 1,3 Prozent. Also der Abverkauf, der setzt sich fort. Ich bin selber jetzt auch 90 Prozent Cash gegangen, weil das Risiko ist für mich einfach jetzt nicht mehr kalkulierbar. Also wenn die ukrainische Artillerie wirklich russische Militärfahrzeuge beschossen und zerstört hat, dann haben wir leider, glaube ich, ein sehr unruhiges Wochenende vor uns. DAX minus 1,4 Prozent. Die Abwärtswelle verstärkt sich. Oh, 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 die Abwärtswelle verstärkt sich. Schauen wir mal in unseren Trading Room. Da wird auch schon diskutiert. Moment, ich logge mich gleich mal ein. So, hier. Verrückt. Verrückt wirklich. Oh je, das wird ein... Das wird ein ganz, ganz ernstes Wochenende. Also, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Tut mir leid für diese unstrukturierte Sendung. Aber der DAX-Absturz hat unser ganzes vorbereitetes Konzept kaputt gemacht. Bis nächste Woche. Ciao.